ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown daily shopnews und combo masteries mit mir immer gleich hier haben wir nach wie vor mythic teddy in mamas altmoja geheimnis shuttle relativ uninteressant braucht kein mensch so wirklich nach wie vor die burubu tire box die jetzt aktuell tatsächlich ja mein interesse völlig verloren hat hier im gegensatz dazu diese high school tire box die habe ich euch gestern bereits vorgestellt die ist der oberknaller und ich bin tatsächlich am überlegen was ich mache ob ich mir die hole oder nicht wir müssen mal schauen vielleicht mache ich dazu noch und dann geht die denn noch die geht glaube ich noch fünf tage oder so ne drei tage 16 stunden und das ist nicht mehr viel muss man sich noch etwas einfallen lassen das problem ist halt jetzt momentan rumble und so dann haben wir den mythic brine oder das mythic brine pack mit high school inner quark preschool henry haye bei die beta und philip j frey die box ist relativ gut aber das problem ist man wird eben den mythic brine so in der form nicht wirklich zusammen bekommen da muss man schon verdammt viele jams investieren dann haben wir qbert fansworth dr banjo core preschool henry haye bei die beta francine smith und philip j frey was mich daran stört ist francine smith an dieser box werte das ganze relativ ab so dann kommen wir auch schon zu der daily mastery und heute kann ich euch eins verraten heute sind die overkill kombos hier wieder mal am start und ja ich müsste mal ganz kurz jetzt schauen wenn ich jetzt mal rein gucke ins erforschen muss daran muss man der neue freund vor dem ramble noch die letzten man das muss man hier rein gucken mal also ein bisschen ektisch muss man später noch überlegen ok die habe ich alle kommen muss da ist er auch nicht dabei ne cigarette addicts dami fight dr bombenstein kurz kurz ich bin mona schlimmer tina teufel heng doch da habe ich ihn das heißt ich bräuchte eigentlich zwei krönchen drauf der will heng ja eine krone habe ich ja schon drauf naja ist jetzt ein bisschen ok also wir gehen jetzt erst mal hier rein und fangen jetzt mal mit den kombos an wir haben die pta revalry die jetzt hier plötzlich verpackt ist aber es macht auch nichts pta revalry ist hier mit einer linda oder hier unten linda welcher und schule karten ist eine der stärkeren linda karten und das vor allem jetzt momentan beim educated bg wenn man da hinten rüber schaut mit einer tom landry middle school das ist 16 fach craze 22 fach punch 21 angriff von 67 leben das ist schon ganz gut hier unten geht es noch mal wieder james woods high school da hast du 14 revanche 20 und 16 73 aber ich würde trotzdem keine na gut wäre es aber 43 aber 500 james wird jetzt trotzdem nicht verausgeben würde ich nicht machen so aber ist auf jeden fall eine gute combo dann haben wir den delivery boy und den schauen wir uns jetzt auch mal an den delivery boy das ist hier mit einem frei plus eben restaurant karten oder flug karten oder fahrzeug karten ja haut einen jetzt auch nicht mehr vom hocker 17 fach gas da unten mit einem normalen single fused philip j frey und der golf ball flucht naja brauchen wir nicht darüber zu reden da braucht man keine 500 james vor auszugeben jetzt kommen wir zu den interessanten kommen muss die wirklich schon ziemlich jetzt schon das ist der buff frei den schauen wir uns jetzt mal an und gehen wir mal hier runter zu dieser version in legendary wobei naja gut wenn ich es jetzt hier sehe hier haben wir 15 fach craze goldenes schild ja ich habe den verwechselt ich habe ihn tatsächlich verwechselt den buff frei ich bin davon ausgegangen das ist tatsächlich wo ist er in dieser claw nicht der nicht der nicht der nicht der nicht der nicht der ist tatsächlich durcheinander gewürfelt also der buff frei ist okay da unten ist er ist jetzt aber nicht nicht der nicht der ober knaller also ich würde jetzt da keine 1000 großartig reinstecken in das ding den anderen sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht sind schade ich euch gerne gezeigt womit ich ihn jetzt verwechselt habe egal gehen wir jetzt einfach die nächste combo rein keine 1000 aber jetzt hier der nächste das ist halt der absolute overkill der devil hank den kennt eigentlich mit sicherheit jeder von euch hängt eben mit kostümkarten und dann kommt da ein absolutes monster hinten bei raus wenn man das ding jetzt mal maxsen würden für das maxed out das ist jetzt eigentlich ganz gut dann kann ich das auch machen hier haben wir hankhill mit rogers kleiderschrank dann haben wir hier 20 23 22 leach und 22 gas das ist übel das ist richtig übel das bedeutet du hast im first hit schon mal 43 dann kommt aber noch die gasattacke mit hinzu und die also spätestens nach der ersten runde ist eigentlich die karte dann die gegnerische karte down ich habe mir einmal lass uns mal da reinschauen in das ding weil ich werde mir die jetzt gleich doppelt holen dann habe ich nämlich das zweite krönchen drauf da sieht man es dann schon ein krönchen ja gut kann man jetzt leider nicht beurteilen bedeutet aber wir machen jetzt folgendes ich hole jetzt die beiden und dann schauen wir mal wie sich der wert verändern wird immer den shop rein und dann hole ich mir hier bei der meisterschaft den hank devil hank einmal und jetzt nochmal und jetzt nochmal so dann habe ich mein zweites krönchen drauf und dann ist der halt schon mega geil so jetzt gehen wir ins erforschen rein und dann gehen wir hier hinten rein unter alle kombos oder inventar so und dann sieht das ganze so aus also hätten wir anstelle von 15 fach punch 17 anstelle von 17 19 anstelle von 17 19 16 33 20 prozent boost ja mega nice und das machen wir jetzt dauert jetzt zwei tage bis dahin wird der rumble definitiv naja gut was haben wir beim letzten rumble mittendrin ja kurz vor ende des letzten rumbles wird dann das ding fertig sein also wenn es euch gefallen hat dann lasst mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir immer gleich schaut rein machts gut bis dann und tschüss